Gerwald Größing, bei der Rebenland beim Auftakt hat sie sich knapp nicht ausgegangen, aber heute bei der ersten Sonderprüfung gleich schnellste Zeit, also Einstand soweit einmal gut, oder? Ja, langsam verstehen wir die Technik und werden langsam aber sicher schneller und ja, wir haben ein bisschen den Faszien auch umgestellt, wir fahren ein bisschen sauber, nicht mehr so aggressiv, das war auf der ersten schon sehr gut auf Asphalt, auf Schotter verliert man da vielleicht ein bisschen mehr Zeit, da müssen wir analysieren warum, aber grundsätzlich fühle ich mich im Auto schon recht wohl. Bist du auf dem richtigen Weg und die Saison dauert ja noch ein bisschen, also wenn du dich jetzt mal so zulegst, wie jetzt, vor der letzten auf heute? Ja, das ist, ich sehe das Sonderprüfung für Sonderprüfung, wir haben wirklich viel Spaß im Auto und wir haben vor allem mit dem Raimund, glaube ich, uns zu unterhalten, es ist interessant, den alten Hautegen irgendwo auch zu fordern und ich glaube, da sind wir heute ganz gut dabei und wir liefern sich einen tollen Motorsport zur Zeit ab. Also mit dem Fordern, das haben wir letztes Mal schon gesehen, das geht, funktioniert sehr gut, wir wünschen da noch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg, schauen wir, was zum Schluss rauskommt. Alles klar, herzlichen Dank, viel Spaß beim Zuschauen. Dankeschön.